Herzliche Adventsgrüße von der Jugendabteilung der Neuen Philharmonie Westfalen. Sie haben die Seite für die Jugendarbeit angeklickt. In der Musikwerkstatt im Klassenzimmer besuchen Orchestermusiker vor jedem Kinderkonzert um die 3000 Schulkinder und demonstrieren ihr Orchesterinstrument. Und wenn wir den Kindern unser Orchesterinstrument erklären, zeigen wir den Kindern auch, wie man so etwas ähnliches wie in meinem Fall das Horn selbst basteln kann. Wenn man ein Selbstbastelhorn herstellen möchte, braucht man eigentlich nur zwei Gegenstände. Eine ganz lange Röhre, in diesem Fall einen 3,78 m langen Gartenschlauch und einen Trichter. Man befestigt den Trichter am einen Ende. Das Horn ist rund gewunden, muss ich also aufrollen. Und fertig ist ein Selbstbaumusikinstrument, das genauso funktioniert wie ein Horn. Bloß wenn man hineinbläst, wird man dasselbe erleben, was man beim Hineinblasen eines Horn erlebt, wenn man die Tunerzeugung des Instrumentes nicht kennt. Einfach hineinblasen. Man hört nur Luftrauschen. Die Töne sind interessanterweise beim Blechblasinstrument, werden erzeugt von nicht diesem Instrument, sondern dem Spieler selbst. Es sind die Lippen vom Bläser. So ähnlich wie ein Luftballon. Die Erwachsenen nervt, wenn die Kinder diese nervtübenden Quietschgeräusche nennen. Die Gummiseiten vom Luftballon schwingen genauso wie die Lippen vom Bläser. Wenn man die Lippen zuhält und Luft durchpustet, entsteht so ein Geräusch. Spanne ich jetzt die Muskeln mehr an, geht der Ton nach oben. Und lasse ich locker, wird der Ton tiefer. Zum Beispiel also. Und wenn ich dieses Lippenkitzel in dieses Schlauchinstrument mache, kommt mit einigem Glück ein Ton heraus. Das muss sehr rund sein am Anfang. Und dann entsteht das. Frohen Advent von der Neuen Philharmonie Westfalen. Höhen Advent von der Neuen Philharmonie Westfalen.